er ist definitiv unvollständig wenn wir ihn aus dem meteor geholt haben wird er wie ein puzzle aussehen dem teile fehlen immer wieder erstaunlich wie du nur das offensichtliche sagst bitte entschuldigt laut megatron einige der fehlenden komponenten könnten in den fragmenten enthalten sein die vom meteor abgesplittert und woanders gelandet sind verstehe weck ihn auf ich bin thunderwing lass mich auf der stelle frei ich bin megatron anführer der decepticons dein name ist belanglos ich existiere nur um die matrix zu vernichten lass mich frei damit ich ihren träger finden und sie zerstören kann ich schätze du bist nicht in der position forderungen zu stellen thunderwing selbst wenn ich dich frei lassen würde dein körper ist zu beschädigt um zu funktionieren aber wenn du den decepticons deine treue schwörst und mir dann verspreche ich lass ich dich reparieren und gebe dir die gelegenheit die matrix zu zerstören mich reparieren der ist wohl nicht klar wie lange ich schon existiere die technologie meiner konstruktion ist zu hoch für dich ganz im gegenteil mein wissen über die cybertronische physiologie ist unerreicht der autobot ratchet wird eine funktionalität wieder herstellen das glaubst auch nur du megatron ich werde niemals kooperieren so sei es aber sei gewarnt megatron wenn die matrix zerstört ist gehört meine treue wieder meinem wahren meister unicron dem zerstörer wir werden sehen findet alle stellen an denen fragmente des meteors aufschlugen so 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 Wir wurden entdeckt. Er darf nicht entkommen. Vielleicht kann ich ihn an den Klippen erwischen. Bamberee, bleib am Grund der Klippen, aber fall nicht zurück. Wenn er entkommt, bekommen wir Rez und Miku nie zurück. Megatron wird mich zerstören, wenn ich seine Befehle nicht ausführe. Darf ich, was Megatron vorhat? Sofort! Megatron schuldet dir keine Erklärung! Und du kannst mich nicht davon abhalten! Oh Gott! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein! Nein! Böck nicht! A-A-A-A-A-A! Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schott!